Hallo, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Angespielt. MMX Hilldash 2 wurde von einem von euch vorgeschlagen und kommt jetzt dran. Wir haben hier einmal Bremsen, hier haben wir einmal Gas, ich habe das einmal auf Y, das Bremsen und das X auf Gas gelegt. Wobei ich das mit den Dings, Pfeiltasten schöner fände oder machen wir A und D, machen wir mal. So, machen wir da A hin, machen wir da D hin, das ist schöner. Und los geht's, Gas, A, äh, D, A, D und Bremsen, äh, Bremsen ist A. So, oben links sehen wir die Zeit, sehen wir unser Benzin und sehen wir die zurückgelegte Strecke. Na, der ist halt im Geländewesen sich besser, der andere, der blaue und ich, äh, auf... Glatt im Grund, anscheinend komme ich nicht mehr rüber. Tank leer, na gut, ich bin nicht rübergekommen. Tropical. Tempo aufwerten, steigert Beschleunigung und Höchsttempo nützlich für steigerte Steigerung, Weitersprüngung und hohe Platzierung auf der besten Liste. Wenn du Lüft, das Gasbitter bedienst, neigt der Truck sich nach hinten. Das ist richtig, so, jetzt haben wir ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Jetzt werden wir höchstwahrscheinlich auch über die Dings rüberkommen. Wir kriegen aber wieder ein paar Pünktchen da durch. Oh, der ist fast abgesoffen. So, und los geht's. Und wieder neues Benzin. Weiter geht's. Ich bin hier alleine, aber das macht nichts. Und das ist das Ziel, wa? An den Checkpoint erst, okay. Geht natürlich noch weiter. Ohne das wäre natürlich kaputt gehen, müssen wir das machen. Unser Tag wird auch bald, aber wunderbar. Ah, hier komme ich wahrscheinlich rüber, hier bräuchte ich höre, oder? Oh, doch, komme ich rüber. Nice. Finish! Easy! Das war ja flockig. Ich kenne es ja aus etlichen anderen Spielen. Das ist ja jetzt nichts Neues mehr für mich, ne? Du bist explodiert! Okay, Grip. Das hat die Standfestigkeit, ein Monster. Das, was ich halt immer doof finde bei solchen Spielen, du hast immer keine Lust, das hier aufzurüsten, wenn du halt noch nicht das beste Auto hast, ne? Aber das kostet irgendwie 35.000 Juwele. Okay. Stabilität, behalte eine vier Räder Länge auf dem Boden, indem du den Schwerpunkt tiefer legst, so musst du dich zappeln wie ein Fisch an Land. Mehr Haftung auf Sand, das ist wichtig, glaube ich. Drehmotor ist denn gar nicht so, dass du meistens im Falle du die Bodenhaftung verbesserst. Importieren. Okay. Noch einmal das Tempo verbessern. Los geht's. Was ist das hier? Individualisierungsmultiplikatoren. Okay. Los geht's. Haben wir jetzt auch nicht aufgerüstet? Ah, wir würden weiterkommen. Okay, darum bin ich nicht langgekommen, leider. Wo ist der andere eigentlich? Das war ja fies. Kostenloser. Na, wahrscheinlich Werbung angucken, oder? Kenn ich doch. Ist okay. Los geht's. Miuu. Alter. Wie der federt. Da komm ich da oben nicht ran, schade. Schade, schade. Da komm ich wenigstens an, sehr gut. So, jetzt muss ich hier gleich ein bisschen... Oh, drüber. Okay. Wär ich wahrscheinlich mit mehr Speed drüber müssen. Und hier so ein kleiner Schisser. Okay, mein Tank ist leer. No! Ich kam da nicht hoch. Da kam ich nicht hoch. Finde ich kostenlos, geh weg. Obwohl ich Tempo gar nicht brauche. Habe ich dir immer gesagt, nicht mehr an sein? Trotzdem zeigt es mir an. Okay, machen wir noch einmal. Gegen Hatch David. Ja, ich denke auf dem Sand habe ich so die meisten Probleme mit der Zeit. Ich verstehe nicht, wie man da oben ran kommen soll. Aber gut. Ja, da komme ich immer ganz knapp ran. Ah, brauchen wir ein bisschen mehr Speed, dann würde man noch ran kommen. Ah, ihr seht ihr hier, Sandreifen? Ich wollte mal langsam einen Tank bauen. Sonst, äh, geht mir hier leider die Puste aus. No, da wäre der Checkpoint. Ich will nicht drauf, den explodiert. Okay. Ach ja, bedauerlich. Was haben wir hier? Ach so. Versus. Durch die ersten 5 Minuten wird es vorher. Okay. Durch die ersten 5 Minuten wird es vorher. Okay. Okay, was haben wir hier? Farbe. Windus gesperrt. Alles gesperrt. Okay. Gut, meine Freunde. Darum will ich es nach dem Master Skills im Wagen gespielt. So Hill-Dash 2. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im Wagen gespielt. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschu. Tschu. Vielen Dank.